Ariana macht ihre Stereoanlage an und dreht den Lautstärkeregler um 150 Grad nach rechts. Welche Lautstärke hat sie eingestellt? Okay, also ich habe hier mal versucht einen Lautstärkeregler zu basteln, ganz schick in Englisch. Also hier ist er sozusagen, hier ist keine Lautstärke zu hören, hier ist er aus. Und wenn du dann die Boxen hier aufdrehst auf volle Kanone, bekommst du sie hier an bei maximaler Lautstärke. Jetzt schauen wir mal, uns wird gesagt, sie dreht den Regler nach rechts. Also das können wir ja vielleicht erst mal festhalten, was das bedeutet. Nach rechts bedeutet nach rechts, bedeutet im Uhrzeigersinn. Und wenn wir uns das jetzt hier vorstellen, dass wir hier unseren Knopf haben, wenn wir den jetzt nach rechts drehen, dann drehen wir ihn in diese Richtung. Jetzt schauen wir mal weiter, wir sollen den 150 Grad nach rechts drehen. Jetzt haben wir gar kein Geodreik zur Hand und auch kein Winkelmesser. Was machen wir da? Ich würde sagen, wir können uns vielleicht Winkel zur Hilfe nehmen, die wir schon kennen. Jetzt sag mir doch mal einen Winkel, der ganz wichtig ist in der Architektur, den du schon kennst, wo du auch weißt, wie groß der ist. Das wäre zum Beispiel ein rechter Winkel, ganz genau. Hier habe ich mal einen vorbereitet, einen rechten Winkel. Den könnte man jetzt auch noch drehen. Jetzt können wir den nochmal verschieben, sodass der Schenkel von meinem Winkel, dieser hier, genau in der Stelle liegt, wo man uns jetzt hier eine Linie denken kann, auf der Skala, wo es halt gar nichts zu hören gibt. Also schauen wir mal, wenn wir das hier so verschieben, hier hin. Dann stellen wir was fest? Also wenn wir den um 90 Grad nach rechts drehen, dann kommen wir bei der Lautstärke 3 an. Wir können das ja mal schnell festhalten. Also wenn wir sagen 90 Grad, das entspricht unserer Lautstärke 3. Jetzt haben wir aber nicht nur 90 Grad, sondern 150 Grad. Kennst du denn noch einen Winkel mit Namen und Größe, den wir hier vielleicht benutzen können? Man könnte einen gestreckten Winkel benutzen. Ein gestreckter Winkel, das ist ja einfach, wie wenn du den Arm ausstreckst, eine lange Linie. Und da haben wir gesagt, der ist wie groß? Doppelt so groß wie 90 Grad, also 180 Grad. Also wir können sagen, 180 Grad entspricht hier unserer Lautstärke 6. So, das ist aber auch noch nicht das ganz genau, was wir wollten. Wir wollen jetzt was dazwischen. Da siehst du, da gibt die 4 dazwischen und die 5 dazwischen. Jetzt können wir vielleicht noch gucken, wenn du dir die 90 Grad hier anschaust, die ist ja geteilt in 3 gleich große Abschnitte, richtig? Also 1, 2, 3. Dann könnte man sich überlegen, wenn 90 Grad hier durch 3 geteilt wird, dann ist ein, so ein Sprung hier immer 30 Grad, richtig? 30, 60, 90. Ist wie bei der Waschmaschine. 30, 60, 90 Grad und dann haben wir, sozusagen müssen wir einfach weitergehen. 90 plus 30 sind dann 120, das wäre also hier bei der 4. Und dann nochmal, plus 30 sind 150. Also können wir sagen, ganz cool, 150 Grad entspricht demnach unserer Lautstärke 5. Und ich hoffe, dass die Nachbarn sich nicht beschweren, dass sie so laut Musik hört, die Ariane. 40, 50. 50, 60, 70, 60. 60... 80, 61. 80, 21, isset das important. 80, 90, 78. 81, 85, 86. 81, 88. 51, cumpliert' 175, 85, 85, 84, 86. 82, 80.